Ich begrüße Sie. Der SOVD Sozialverband Deutschland hat mich für die Seniorenvertretung vorgeschlagen. Mein Name ist Jens Friedrich, bin 78 Jahre alt, seit 51 Jahren glücklich verheiratet und gebürtiger Berliner. Während meines Berufslebens als Chemieingenieur hatte ich folgende Schwerpunkte gehabt. Berliner Landessammelstelle für radioaktive Abfälle im HM-Meitner-Institut für Kernforschung, Amtsleiter des Umweltamtes Neukölln und Stabsabteilung Planung bei den BSR. Ehrenamtliche Arbeiten, zurzeit Schiedsmann hier im Bezirk, Projekteinsätze für den Senior-Expertenservice und Vorsitzender des Umweltbildungszentrums Freilandlabor Britz e.V. Ich bin seit 2011 Mitglied in der Seniorenvertretung und war dort für neun Jahre lang deren Vorsitzender. Ich setze mich ein für die Seniorenclubs und deren Weiterentwicklung, für die Erweiterung der Angebote für die Senioren und will die Senioren ermuntern, sich an der Gestaltung ihres Bezirkes mitzubeteiligen. Das heißt Stadtgrün, Aufenthaltsbereiche im öffentlichen Raum, Erhalt der Kleingärten und gleichzeitig Verbesserung der Lebensqualität, das heißt Prävention, Präventionstraining. Meine beruflichen politischen Tätigkeiten können helfen, hier entsprechend besser mitzuwirken. Vergangenheit, Vorsteher der BVV Schalottenburg und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Ich will Ihr Ansprechpartner sein und bitte hierfür um Ihre Stimme. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020